Ich glaube, ich muss das mit dem Bild nochmal ändern. Huch, nee, das geht gar nicht. Keine Ahnung. Komm, bleiben wir erstmal bei dem da. Ja mein Gott. Da bin ich wieder. Ich will die Atmosphäre nicht mit meinem Mordsgesicht stören, deswegen... Ich bin auch doof. Ich will speichern! So. Ich glaube, das langt. Ich habe sowieso was da eigentlich mit Musik gespielt. So macht man es auch nicht anders. Okay, ich bin damit voll. Hier ist eine Flasche. Okay, ist hier noch irgendwo einer? Yay! Nee, da kann ich mich dann verstecken. Oh, da kommt bestimmt wieder so'n Dicker. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde zu sterben. Da lebt noch wer. Hätte ich vielleicht auch ins andere Haus gehen sollen. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Die selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken. Während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Sorry, ich muss mich noch timen, wann ich das ausschalten muss und wann ich... Ich bin ja noch nicht allzu gut drin. Ja. Abschreitliches Ding... Granat. Diese Stilgranate ist ein Relikt von 100 Jahren. Niemand weiß, wie man sie privat besitzt... Wie sie in priv... Wie sie in Pri... Wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Ok. Entschuldigung. Ich höre als Piepsen und Machen und Tun und ich denke mir jedes Mal, jetzt kommt gleich eine Bombe oder sowas. Okay, da sind wir ja voll mit. Dein Dez, ey, alter. Die ist entschärft. Da unten ist ne Axt. Okay. Ach, hier sind wir in einem anderen Gebäude oder was? Äh... Okay... Ich hab keine Ahnung, wo wir grad sind. Einmal. Zweimal. Gut, dann passt unser Teil wieder raus. Scheiße. Äh... Kann ich die Axt nicht behalten? Wäre doch schon cool, wenn ich's behalten könnte. Wo ist denn der Axt jetzt hin? Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Ich geh nochmal... Komm, komm. Und... Fast. 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 Ich geh jetzt mal hier hoch. Aber der ist total lang gelaufen, oder? Ich find den Typen grad nicht. Ich geh jetzt einfach nochmal hier lang. Guck mal, da unten ist auch noch was. Na? Burn, baby burn. Ich will komplett übersinnen die Sachen. Okay, mit denen sind wir nur noch voll. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Pff. Da waren noch Streichhölzer. Das wollte ich. Genau, deswegen bin ich auch hier reingegangen, weil ich Streichhölzer wollte. Wo sind die jetzt so? Ich find den nicht. Ist der hier oben? Nö. Okay. Ich find den jetzt ehrlich nicht. Eine Folge lang damit verbringen, ihn zu suchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wo bist denn du? Der ist da. Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Warum brennt denn der nicht? Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Ich wusste es. Wir müssen meinen Patienten, Leslie, finden. Das geht doch. Es war mir klar gewesen, dass sie durchgelebt haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Irgendwie hatte ich das im Urin gehabt. Das ist das. Ja und? Was bringt denn das? Ich kann ja nicht da durch. Da ist ein Stacheln. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Ich schwör's dir. Geh mir nicht auf den Sack. Wir müssen meinen Patienten, Leslie, finden. Was blitzend du von mir? Soll ich in die Stacheln reinrennen oder was? Hä? Was muss ich denn überhaupt machen? Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich sehe nämlich keine Kurbel. Ich bin blind. Da lag doch gerade irgendwas, oder? Achso, die Flasche. Ich bin blind. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, Alter. Du nervst. Okay, da ist irgendwo eine Kurbel auf der Terrasse. Oh. Okay. Oh, da. Ich kann ja nicht anders da runter, soweit ich weiß. Alter! Hast du... Erschreckt. Hier geht es lang. Der Alte geht dabei noch drauf. Geht doch! Ich glaube, die brauche ich nicht mehr anzuzünden. Die sind jetzt selbst hinüber. So. Oh, Mann. So, wenn ich jetzt gerade sehr schweigsam bin, aber ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas dickes kommen wird. Ich will nicht. Ich haue jetzt einfach drauf, ist mir egal. Autschen. So. Puh. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich danken muss.